jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play GTA 5 wir machen heute weiter mit dem story mode und der reise mit dem f haben wir sie denn da oben wir sind mit franklin unterwegs ich weiß gar nicht was haben wir den letzten teil gemacht so lange her mittlerweile schon wieder gut okay ja wir müssen jetzt wieder quer durch die stadt fahren es ist viel passiert in den letzten folgen viel action gewesen aber immer gespannt was jetzt als nächstes so passiert ich bin wirklich gespannt so wenn wir so im franklin sind wir jetzt gerade mit dem bike unterwegs uiuiui das war knapp dort war schätze knapp ich fahre ja wie sonst was zusammen ja wir machen heute mal wieder nach einigen folgen machen wir mal wieder eine kleine hauptmission nach einigen zeit will ich wieder ein bisschen was reinkommen in dieses spiel wie gesagt ich bin jetzt glaube ich seit fast einer woche raus oder war jetzt eine woche raus haben jetzt gar nicht aufgenommen also das ist kein gta aber Entschuldigung ja wie seit der woche hat es gar nicht kein gta aufgenommen jetzt wird mal wieder ein bisschen zeit und jetzt mal wieder nach hauptbeziehung wir haben hier glaube ich in der letzten folge nur nebenmissionen gemacht wieso denn ich weiß wirklich nicht was in der letzten folge passiert ist aber wir werden jetzt sehen wie es weitergeht ich weiß mich nicht was die ich glaube die folge von gestern ist mich noch nicht veröffentlicht die Maschine steht in dem so warte mal nimm mal deinen Helmer bitte danke schön genau schmeiß dann einfach hier irgendwo hin wie auch immer wir werden jetzt jetzt sehen was passiert als nächstes das ist da Lama am Boden Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He's just another nigga from the hood. Him stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You got to help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister? I'm a CEO and investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you got to marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me. Not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you're a bigger asshole than I thought. Look, he's gone up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. Fuck. Begib dich zum Sägewerk. Was zur Hölle ist passiert. Gut, dann fahren wir mit dem Auto ein bisschen. Was. 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 Das ist. Franklin, wassup? Hey, man. I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he on there Polito Bay has some sawmill with some ballers. Could you like to do some computer magic and look into it? Is that possible at all? It should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what does it say? Huh. This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. Well, I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me. And it's serious. Thanks, man. Yeah. Wer soll das immer noch zum Segelwerk begeben? Mal gucken, was da passiert ist. Ich hab keine Ahnung, wie gehört. Sonst hat die Ewigkeit mal wieder eine kleine Hauptmusion. Eieiei, jetzt müssen wir unseren Freund Lama, Ama Davis, mal aus der, ähm, ja, wieder mal aus der Scheiße holen. Ich sag nichts, was ist da passiert. Ich hab keine Ahnung, wie gesagt, ich bin so ewig raus aus dem Spiel. Ich hab diese Mission auch so ewig nicht gesehen. Ich denk mal, dass ich gleich weiß, ungefähr, was passiert, aber jetzt aktuell bin ich ein bisschen ratlos gerade. Weil wir auch kaum Anhaltspunkte haben. Und ich hab auch keine Zeit jetzt gerade gehabt beim, oder keine Möglichkeit gehabt beim Fahren jetzt, äh, die, ähm, Untertitel zu lesen. Und ich hab jetzt nicht mitbekommen, was genau darüber gesprochen wurde. Ich bin jetzt ein bisschen aufs Fahren. Ich ahne gerade nicht Gutes. Nehmen wir es mal so. Entschuldigung, Gehtialkrankheit. Ich muss jetzt hier abbiegen. Mit Lika-Rauma. Wir hätten Lika-Rauma verändern können. Und wir haben mal zum Pantspray fahren müssen. Aber. Darüber mach ich mir jetzt gar keine Gedanken. Ich glaub, ich muss hier durch. Oh, scheinen wir vielleicht mal durchzusehen. Das ist die ganze Linie. Hier ist es nach rechts. Ja. Gut, dass wir keine Zeit mitlaufen haben. Oh. So. Das ist Michael. Hey, hey, hey. Warum hast du in den Schooley, huh? Wir wollen Lamar zu sein, nicht solden zu den Feds. Wir wollen Lamar zu sein, Hass-Wipe. Man, wir sind auch zu shut die fucken. Jetzt, wir schauen uns an diesen Ort. Man, Lester sagt, das war eine große Weed-Store-Spot. Das ist ein Ort, der Ball ist. Jetzt, ich und dich, wir sind nicht interessiert, die all-dang-warfare-Ware, aber die Schwede-Bucke ist da. Ja, ich sag, Trevor, ich sag, mich. Man, ich sage, shut up. Now I see the Weed, but where the fuck is Lamar? Oh, shit, there he goes. You know, tell Trevor, I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic, classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. So, wir gehen auf, Angriffsposition. Sorry, falls irgendwelche Stimmen im Hintergrund kommt. Ich sah ein paar mögliche Entry-Points, als ich hierher gekommen bin. Einer, die Frontentranse auf der Seite. Das ist der höchste Weg in und wahrscheinlich der höchste. Ja, das ist der höchste Weg in. Einer, nach der Seite, da ist ein Bulldozer da. Ich könnte es in der Assault. Drei, die anderen Seite von mir, bei der Railroad. Es sollte es möglich sein, dass es das Schlimmste von dieser Weg ist. Ich habe sie in der Höchste, der Höchste, der Höchste, der Höchste, der Höchste. Der Höchste, der Höchste, der Höchste, der Höchste, der Höchste, der Höchste. Wir brauchen drei Positionen. Moment. Äh. Ja, warum da mal auch den weiten Quatsch Franklin langen Weg laufen muss. Oh, Alter. Wäre wahrscheinlich sogar einfacher gewesen, den kürzeren Weg zu geben. Hm, hier fährt den Bulldozer. All right, let's do this. Lay it down, fire. Here I come, assholes. Mobilize, motherfucker. This shit is on. Give us the mouthy one, and we'll be fine. Auf geht's, lieber Lothar. Oh, 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 oh. Und oben irgendwo da. Der ist tot. So, dann können wir mal zumindest ein Stück vorreihe rücken. Da bist du, mein Freund. Aber irgendwo muss oben noch einer sein, hatte ich das Gefühl. Aber wo? Bis dahin. Da hinten. Äh, da sind wir noch nicht angekommen, oder? Bring out Lamar! We'll go away! Ich muss die Position mal ändern, weil da kommen nämlich jetzt, glaube ich, noch welche. Er ist noch tot, aber der zweite dahinter noch nicht. Hier. Lamar, where is he at? So. So, dann gehen wir mal. Okay, der muss woanders drin sein, nicht in diesem Leben. Gebäude, sondern... So, Munition. Äh, Munition. So, dann fahren wir mal runter. Ich hab mich jetzt das Auto runtergepringen. Ich hab mich jetzt das Auto runtergepringen. So. So, der ist tot. Der ist tot. Aber jetzt ist der Passe vor. Das ist der letzte Tag in deinem Leben, motherfuckers. Du fühlst mich? Oh, komm, ich hab jemanden. Oh, komm, ich hab jemanden. Hey, du bist all right? Sniper, fire! Oh, now you need me. Hold there, I'll take him out. Äh, warte mal. Hier geht mit dem Michael. So, der ist, hopps. Gut. Schüss. Geh mal sterben, Kollege. So, der ist tot. Und da muss irgendwo noch einer stehen. Der ist auf unserer Höhe. Was steht denn? Das ist ein Medikid. Der ist unten. Okay. Okay. Hey, friend. Let's go, bevor they turn you into woodchip. Oh, crazy, dude. Hey, homie. Yeah, 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 yeah. Get up. Let's go. Come on, guys. They're here in stores. You gotta lose. Man. Good luck, y'all. Somebody got to lose. So. What you did, motherfucker? You did, you heard? Here come the rest of them, motherfuckers. Up there, dude coming along the side. Oh, Frank's here, too. Hey, Frank. You thought he came by itself? Oh, super, super, super. Ich muss ja noch einen Shotout haben. Das ist mir da sonst zu weit weg. Ja, da steht der schon. Ja, ja. So, der ist auch tot. Der ist tot. Der, der ist tot. Oh, das könnte es gewesen sein. Ja, das könnte ich mal dazu. Hey, you're lost. Let us go. Oh, they're got him for me. So. Look out, they're coming at you. Michael. So, dann machen wir's, Michael. So, dann machen wir's, Michael. So, abflug. Auto. Ach, Kilometer. What the fuck, alter. Da. Digga-Kurl to get horny on your office supply. Rekler mal zu seinem Haus zurück. Oh. Homie, you strip. Shit, homie, you alright? I'm straight, homie. Bitches got the jump on me, though. I don't get you come out here. Man, I ain't feel a little drive, that in the way of a money make an opportunity. I get killed, but Tony. Scheiße, nein! Oh, was so? Was war ich da für ne Kacke zusammen gerade? Ist er da hoch oder was? Wenn ich im Auto da hoch... Nur die große Frage, können wir denn kommen? Oder sind noch ne ganze Horde an Feinden auf unserem Arsch? Wir werden's sehen in der nächsten Folge bei Netflix. Wir werden's sehen in der nächsten Folge bei Netflix.